Hey Leute, herzlich willkommen zum neuen Part 3, du warst vielleicht. Ähm, wie weit waren wir denn? Oh, ja, gut, so weit, hm? Ach ja, stimmt. Wie war das? Wir wollten gerne, dass sie ein Video aufnimmt, zu dem sie ein Gameplay aufnimmt. Weil wir wollen nicht, dass sie sich so nicht klickt. Ja, da müssen wir 315 treffen, unter 438. Ja, gut. So, hm? Wow, wir können hier... Nein, wir sind doch so hoch. HÄÄÄÄ? Wir schaffen die Zahl, aber, hä, was ist das für ne Unlogik? Ich meine, wir schaffen das und dann am Ende, nee, 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 am Ende doch nicht. Wieviel bekommen wir da? 2.200, wenn wir das Gameplay für 350 gefunden haben, heißt, dann brauchen wir das Video nicht mehr machen, heißt, das können wir dann, oder willst du was, was in einem Diabonik für das Video hoch, für den Spiel. Ja, und ich habe aufgefallen, dass wir seit 2 Parts, heute ist das mal der dritte, kein Intro mehr benutzt. Warum? Egal, zusammen, weil mir das Intro mehr jetzt Ärger bereitet. Womit ich auch mit dem Urheber hinweis bekomme, richtig? Ja, und deswegen gibt es ab sofort, das ist halt, vielleicht habt ihr irgendwo nochmal eins mit NPS, heißt, dann müsste man das erstmal nehmen. So lange, bis ich, äh, bis ich mal ein besseres Differn habe, wenn man nur körperweite filmen liegt. Ich will mal nach, wie er es auch so geschafft hat. So, wow, die Performance. Und jetzt machen wir es so sehr schwer, auch dafür haben wir einen Plus an, 7000 Dollar, ich meine, weil dann haben wir einen Plus gemacht. und heute wird der Part wirklich nicht lange, oder so? Neun, neu, wow, 16000 Dollar. Juhu, die werden wieder kurz gefilft. Ja, 5100 Teersticks brauchen wir. Und dann nehmen wir den Kanal. Da waren wir, Platz 7 und 4 Sticks. Hm? 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 Was? Was soll das jetzt? Okay, meine, wenn ihr das unbedingt wollt, dann machen wir es. Hm? Wo ist denn jetzt wieder hin? Mann. Ah, das ist so groß, ich habe das. Dauer. Ja, das ist so großartig. Ich habe das. Mal sehen, dass wir das nun von der Taunt und der Reihe. da ist es gut dann machen wir jetzt 10% nur von so und dann 7% 7% 8% wow ja damit ist die 3% die 3% 3% 4% 3% 3% 4% 4% 4% Wir bekommen wirkliche Abschlüge? Hä? Wir bekommen Abschlüge, weil wir es schaffen. 18.000. Hä? Wieso bekommen wir Abschlüge? Ich verstehe es gar nicht. Ich meine, warum bekommen wir Minuspunkte, wenn wir es schaffen? Ich meine... Dann machen wir nochmal... Ja, das ist der Blick, gehen wir jetzt wieder mal nicht. Einmal machen wir... Reden... Ja, gerne doch. Dann fallen wir mal nach dem Spiel nach. Und dann machen wir... Ja... Pfff... Da ist es wieder... Verärgert... Ähm... Ja... Nur als... Wenn sie von mir hinlegen will, dann ist das so. Ich meine, wir können die natürlich noch bringen, dass die beiden für uns arbeiten soll. Oh... Oh... Supergeil! Das ist ein bisschen... Ja... Ja... Dann müssen wir noch den Speed-to-One noch fertig machen. Da haben wir die nächste Game aufgefahren. Da müssen wir nur ein Game Game machen ohne Anforderung. Aber ohne eine Anforderung... Gut... Und... Für den Spiel, da machen wir ja noch eine Preview... Und da wo viel Zeit arbeitet... Ja, jetzt haben wir sie eingeholt. Jetzt sind wir Platz 14. So, ich möchte wir Brooklyn noch einholen. Oh, da sind die letzte Ewigung drei Tage dran. Ja, sie verstärkt unser Plan, den wir hatten. Und wenn wir wieder so ein Problem mit der Audio hätten, dann hätten wir das Dreck besser machen können. Dann hätten wir jetzt nicht bei Mio das eigentlich. Oder auch nicht. Erstmal mein Nachweis. Dann hätten wir wirklich 2 Millionen sogar. Gerne. Ja. Dann machen wir jetzt. Ja. Gut. Und alles bei Woche müssen wir das verlängern. Jetzt wollen wir aber noch, ob das so funktioniert hat. Und wieder. So, nun. Tomaschen. Wie. Wann. Mal. Ne? Dann herr Gü. Zudem hier ein Riedwein da aufnehmen. Okay, ich bringe vor Länger was Passport wieder hat. Hier ein Rien. Okay, jetzt füllen wir es mal. Also das geht jetzt mal hier, ich denke so. Was ist das denn nun mal dran? Ja, jetzt haben wir die 3 Minions, jetzt suchst du das Problembehebeln. Oh doch nicht, das waren keine 10%, aber die werden nur auf 1,9, ich glaube es verressen hat. Ich gucke mal noch, was das für eine Platzauswirkung hat. So, das ist wieder so klein. Dafür haben wir wirklich Geld bezahlt, dass wir am Ende Minos machen und dass wir Profit machen. Oder wie. Nehme ich, dass das Beste da dran ist? Das kommt gefühlt nicht gut an. Ah ja. Und dann mal am Ende, ich habe wieder die Reset machen. und am Ende macht es wie wir ihn hängen. Ich hoffe es wird fertig, dann nehmen wir immer noch einen Wolf drauf. Ja, die Spielfilms, die machen unsere Sterbe fertig, jedes Mal. Ja, und das kommt besser, und wir machen nur noch den einen, den einen, und dann nehmen wir an den nächsten Part, dann starten die Links auf, das ist doch ein Video, mein Name war da, wir haben über 1,9, wenn du platt von 40, Leute, ich weiß, dass wir jetzt wieder sagen, wenn wir, also, wenn wir schreiben werden, hör mal, mach doch, mach doch noch weiter, ich will noch was echte noch vor dem Night Theme, ich weiß, ob wir verdammt spät abgestanden sind. Dann gucken wir mal ab, was da abgehen noch einmal. Kamera. Und vor spiel noch mal ein Facey. Ja, da ist doch was. Mode. Weißt du, bei ihr können wir ganz gut über das Thema Mode reden. Ja, das ist ja schon. Hier spielt der Maxi dafür nicht. Dann probieren wir, bis wir Freunde sind. Oder bis wir, also, bis wir die, na, wir haben die 30 Kosten, die ich abgabe. und dann schauen wir mal ein paar Tage lang. Weißt du, ich hätte mit dieser jetzt dann geschafft. Da war ja, kennt, ja. Wow, da haben wir, bei der gerade richtig den Grund hat, die wir wieder nehmen, und dann, ich hab noch die eine war einfach mit anstrengen, dann können wir noch einmal die kent Macht machen. Also was ich mir überlege, was nach dem Spiel drankommt, das wäre Lego Star Wars, das Erwachen der Macht, das Erwachen der Macht, und danach weiß ich es noch nicht. So dass wir uns ein Langzeit für jetzt Bus in Bonator, unser Inderhafen, was wir wieder in haben, da wäre es 20.000 eingenommen, ich meine damit an mir aber nicht. Wir wollten Linies aufregen, ich habe mich doch nur verklickt, wir bleiben unter dem Chat, und hier ist es, was hat er immer? Komm mal, Spiel, soll man was anderes machen? Jo, sag mal, wie, so viel ist denn gerade das Spiel? Und danach, nachdem der Film gekrattet hat, war klar, dass ich es aufregt. Eheh, 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 Eheh. Weil auch klar, dass wir es auch wieder nicht davon haben. Damit sollte wir wundervoll festnehmen können. Nicht mein Ernst, wisst ihr was, dann nehmen wir das ganze Spiel einmal auf. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Dann nehmen wir das für den Rest. Oh ne, ich habe mich bekommen. Eheh, Eheh, Eheh. Mann, ey, das ist ja gar nicht schon. Ah, gut, das war der vorletzte Rest, von dem wir uns da freisalten. Und wenn wir jetzt einmal ganz was nachbucken, weil jetzt haben wir jetzt eigentlich wieder neue Teile gehabt. Ja, weil wir ja noch am aktuellen noch sind. Gucken wir mal an, was wir da machen jetzt schon. Gameplay. So, hier steht. Ja, jetzt. Ja, jetzt haben wir zwei Gigas CPU drunter. Ja, jetzt haben wir zwei Gigas CPU drunter. Bei Gigas, ja. Ja. WordCutzt, Juni. Da, hier nicht. Gucken wir einfach mal nach. Ja, ich habe ja alles geträgt, ich habe ja alles und man sieht, durch den Sitz von der Maximal ausgeben und dafür bekommen wir gar nichts hier und das heißt, da brauchen wir wieder, der Rest erstmal so groß, zwei, drei, vier, vier, sieben, das heißt, da brauchen wir über 15.000 dafür. Warum bin ich so leicht, immer angepisst? Ja, 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 ja. Nein, danke, da verlieren wir Abonnenten. Wir warten nochmal ab, bisschen, bis die ist mein Schiff. Danke, Spieler, man, das alles immer, wegen des Unternehmens. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. tapping pickingímann Y언ag Und 70.000% Wißt du was, wir können auch noch Mal Arbeit hingehen, bis sie fertig ist. Und wisst du was, das machen wir auch. Und jetzt warten wir nur noch, bis wir... Ah, also bis das Video fertig hochgeladen. Oh ja, jetzt brauchen wir ein neuer 5445. Heißt ungefähr 10.000 für die Stoffen wie einzunehmen. Oh ja. Wisst du was, wir machen ganz genau dies bei mir dann nur noch. Aber trotzdem. Er hat das sehr lang gebraucht und... Oh Mann ey. Und wo ist... Da haben wir... Die... Ah, da bewirrt die Posten hin. Also, da war... Oh. Oh. Weil man kann bei ihr ja über... Oder... Punkten. Punkten. Wie wir ja wissen. Musik punktet bei ihr nicht. Oder das weiß der Smart. Das mal. Und... 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 Die haben... Nichts mehr... ...die... Wenn du realistisch hast, dann. und wir haben nichts in dieser Farbe da und dann, wir haben dann sofort ab, was halt und dann, wir haben jetzt noch ein paar Jahre, wir haben jetzt noch ein paar Jahre, wir haben da war das rum sehr ein bisschen rein So, dann setzen wir uns hin und bauen sofort wieder. Ja, zumindest haben wir Platz von 40 erreicht. Mittlerweile. So können wir ganz schnell nochmal nach. Ja, Platz von 40. So, dann war's das dann für die Folge. So, dann... So.